Mein Name ist Eifried Hofmann. Ich bin jetzt bei meinen Buden, das sind Kelly Buden. Kelly Buden sind aus England, der Züchter ist aus England und ist bei uns da in Franken eine ganz seltene Rasse, das gibt es fast nicht. Das sind ausgesprochene Freiland Buden, die das ganze Jahr sich draußen auf der Wiese bewegen, haben Auslauf unbegrenzt und fressen Gras und pflanzliches Eiweiß hauptsächlich, wachsen sehr langsam und sind auch in Fleischqualität ähnlich wie Wildgeschmack. Musik 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 Die Gänse umbuchen! Gehen Sie den Boden! Gehen Sie den Boden! Gehen Sie den Boden!